Tschüss mein altes Punkt. Ich verspreche dir, wir werden es wieder sehen. Kommt jetzt endlich, damit wird nicht leicht. Wir haben nur ein paar Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Ich will keine Waffe, wie üblich. Wenn du willst, kannst du sie ruhig haben. Dann gib her. Dann muss ich mir noch bücken, na, war klar. Ja, let's go. Okay. Danke. Bitte. Endlich habt ihr es geschafft. Wir sind wir, der kleine Mann. Habt ihr euch mal schlecht, Bruder? Wir sind hier, der kleine Mann. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jemand will dich tot sehen. Es ist Jessica. Was? Das ist nur wegen einer fickten Paco Macaroni? Genau. AAAAAAAH! 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 Das ist mir alles zu blöd. Nur wegen einer fickten Paco Macaroni. Wissen wir jetzt unbedingt. Die kosten 60 Cent. Also Frauen, die kann keiner verstehen. Die haben es. Das wäre doch wahnsinnig.